Hey mein Freund, was ist denn nur los bei euch in der Menschenwelt? Ich kann's mir selbst nicht erklären Also bei uns in der Unterwasserwelt, da ist alles so friedlich Die Menschen hier, ja sie bekriegen sich Ich suche nach dem Frieden, doch ich sehe nur das dunkle Licht Hab vieles gesehen, vieles erlebt, die Zeit, die mich prägt, ja Haufenweise Wunden kann sie langsam nicht mehr zählen, ja Kann sie langsam nicht mehr zählen, ja Haufenweise Wunden kann sie langsam nicht mehr zählen, ja Aber wie kann das denn sein, mein Freund? Ich verstehe das nicht Im Grunde sind wir doch alle gleich Es spielt doch gar keine Rolle, wie wir aussehen Egal ob Schwamm, Seestern oder Tinkenfisch Wir sind ein und Femm, Jude, Moslem und auch Christ Jedes Leben zählt, wir sind damit gleich Ausgrenzung, wie kann das sein? Eine Menschheit schwarz oder weiß Dick, dünn, groß oder klein Nein, 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 ich kann's nicht verstehen Der Weg, den ihr geht, ist das Problem Ist das Problem Ihr müsst ein sehen Ihr müsst ein sehen Es kann so nicht mehr weitergehen Egal ob Schwamm, Seestern oder Tinkenfisch Wir sind eine Fan Jude, Moslem und auch Christ Jedes Leben zählt, wir sind alle gleich Ausgrenzung, wie kann das sein? Eine Menschheit schwarz oder weiß Dick, dünn, groß oder klein Egal ob Schwamm, Seestern oder Tinkenfisch Wir sind eine Fan Jude, Moslem und auch Christ Jedes Leben zählt, wir sind alle gleich Ausgrenzung, wie kann das sein? Eine Menschheit schwarz oder weiß Dick, dünn, groß oder klein Unsere Hauptaufgabe ist nicht zu erkennen Was unklar in weiter Entfernung liegt Sondern zu tun, was klar vor uns liegt Frieden, Toleranz, Liebe und Humanität Für eine friedliche und bessere Welt Untertitelung des ZDF mit